Was darfst du da mal wieder? Ich meine, so viel ist er zum Moment, wenn er da mit einem Kuss wird. Wenn du willst, kannst du da nochmal einen Wassertopf... Da schon mal. Und den ersten Wasser reinkommen, weil ich hab da noch. Jetzt ist er aber immer noch. Hast du jetzt alle raus? Was? Ja. Die Männer, hab ich ihn vergessen zum Ausdruck? Okay. Hast du schon. Also ich hab den Bömer, den Bömer und den Bömer. Jetzt sind wir jetzt in Runde 4 bei der Hand. Weil ich hab jetzt mal geschaut, dass ich möglichst die Hand durchbringe. Da müssen wir dann weiter machen. Auf jeden Fall von zwei Minuten. Aber jetzt ist es da. Sind wir jetzt durch mit der Vorrunde? Nein. Was ist denn? Das ist eine Spielfrage. Nächste, in der Handrunde 4 ist es, wenn der andere ist. Naja, wir sind jetzt natürlich durch. Das ist eine Spielfrage aus, oder? Ja, ja. Ja, klar. Damit ich schon mal sehe. Da haben wir im Zimmer ein bisschen zurück. Das macht nicht so viel Ausdruck. Weil die Handrunde der Zwischendrunde und der Händrunde und die Dame ist es nur die einzige unter dieser Hände. Okay, deswegen kann man das... Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, eine Dame-Platte, eine Jungen-Platte, weil du in den Zimmer arschst du nicht weit und der Rest spielt alles mehr. Eine Jungen brauchst du nicht so viel machen. Naja, eine Platte. Immer. Aber ich mache nicht. Habe ich jetzt gemacht. So, ne? Wie ist denn das? Sind irgendwelche zwei die er mit zum Beispiel spielen können? Könntest du die er mitnehmen? Ich habe keine Platte frei. Es sind alle Platten gelebt. Und vor allem in der Mitte... Das spielt schon aus. Auf der Sonne... Warte, das ist besser. Das bin jetzt... Wieso spielt jetzt da die Visa gegen die Wiener? Aber das ist ja immer so. Das ist nichts Neues. Habst du die gebaut? War das das? War das das? Dann mach ich mich verlegen. Nein, natürlich. Das ist das, was du dir schon vorher gegeben hast. So, ne? 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 So, ne.